hallöchen und herzlich willkommen heute mal wieder zu einer folge minecraft get down auf der rünter.tv server das ganze ist nachkommentiert weil ich mir dachte hey ich hab mal bock irgendwie so ein paar tests zu machen so in der art ein bisschen auch real life stuff und das einfach mit so ein bisschen minecraft hintergrund begleitet lasst auf jeden fall mal eine bewertung da wie es sowas findet weil das ist ja schon mal ein bisschen was neues und ich habe heute für euch den wissenstest liebe und sex und den werde ich mit euch mal durchgehen er hat insgesamt 15 fragen ich bin mal gespannt ob ich da alles weiß frage 1 von 15 typisch mann mehr als die hälfte von ihnen denkt täglich an sex und die frauen die tour etwa die hälfte jede fünfte nur jede zehnt ich würde sagen das gleich so bloß männer geben es eher zu als frauen die sind noch so ein bisschen bedachter ihre ausdrucks falsch jede fünfte da steht sogar noch eine lösung dazu das männliche verlangen scheint weniger variabel als das weibliche dafür ist es weitaus stärker ausgeprägt männer masturbieren häufiger und haben das sexuelle fantasien habe ich wohl die falschen frauen können gelernt ab zur nächsten frage frage zwei von 15 frauen wünschen sich im schnitt drei bis vier sechs partner im leben männer dagegen ich muss ja von mir gehen so 600 keine ahnung sechs also der sagten 60 leider falsch 60 wdf was ist das denn die ursache dieser ungleichen dosierung sind sich die wissenschaftler nicht einig manche machen die hormone dafür verantwortlich andere die gesellschaftliche stellung der frau 60 häufiger sex reduziert das risiko an bestimmten krankheiten zu erkranken für welches gebrechen gilt das nicht für herzkrankheiten glaube ich schon für krebs neurodermin aber für krebs krebs würde ich sagen leider falsch mann ich war zwischen eins von den beiden forscher herausgefunden dass ein reges sexualleben gesundheitlich positive auswirkungen hat für neurodermitis ist die wirkung allerdings bisher nicht belegt erklärt natürlich auch warum ich immer so gesund bin ich bin die hälfte des jahres krank die weibliche sexualität ist vertragter als die des mannes wie viele frauen haben beim sex nie zum höhepunkt bei mir wären es ja dann ich würde sagen zehn prozent sogar die warte mal wie viele frauen kommen beim sex nie zum höhepunkt dann würde ich sagen 45 leider falls stecker 16 prozent wer tippt denn auch 16 prozent an laut einer umfangreichen britischen studie kommen auf der andere seite 14 prozent der frauen beim geschlechteverkehr immer zum orgasmus 32 prozent gaben an nur jedes vierte mal zum orgasmus wie nennt man menschen die das gefühl haben im falschen körper zu leben also männer lieber frauen werden umgekehrt transsexuelle sind doch schon leute die sich umoperiert haben oder und transvestiten sind die das denken oh mein gott also eins zwischen den beiden wenn es jetzt intersexuell ist keine ahnung was intersexuell ist leider falsch transiker oh mein gott ich sag ja richtig rein in deutschland gibt es zwischen 10 bis 20 wow das ist echt viel da lernt man sogar noch was dunkelziffer dürfte weit höher liegen oft bleibt nach psychonhormontherapie nur noch eine op als letzter ausweg aus dem dilemma transvestiten dagegen begnügen sich mit dem tragen gegen geschlechtliche kleidung ach das sind so crossdresser eine dauerhafte geschlechtsumwandlung streben sie nicht aha ok da ja ich für mich sind das crossdresser alles klar die meisten tierarten pflanzen sich zweigeschlechtlich fort aber nicht alle bei wie vielen tierarten gibt es nur weibchen keine ahnung man eins ich habe ich habe echt absolut kein paar leider falsch tausend wow rund 1000 tierarten darunter insekten krebse fische eidechsen aber zuweilen auch truthühner kommen bei der vermehrung ganz ohne männchen aus und spricht auch von party nur die nese jungfernzeugung bei dieser form der fortpflanzung wächst aus einer unbefruchteten eizelle im leib des muttertiers ein tochterindividuum heran wie viel geld wird in deutschland jährlich mit prostitution umgesetzt also wenn ich jetzt von mir aus gehe also ich gebe das so monatlich 2 bis 3000 ist es jetzt nicht auf ganz deutschland hochgerechnet das sind ja dann deutschland leben ja fast zehn million menschen oder nicht dass ihr denkt ich bin wirklich zu dumm ich würde sagen das ist schon ziemlich viel ich kann das überhaupt nicht einschätzen aber schon so 950 millionen vielleicht doch ich tippe 950 leider falsch 14,5 milliarden euro digga was ficken die denn alles rum dieses geld wird von rund 400.000 prostituierten erwirtschaftet jeder fünfte mann hat hierzulande schon viel bezahlt wir rechnen das jetzt mal aus ja und zwar 14,5 milliarden geteilt durch 400.000 bietigas sind ja dann dass sie ich sehe das gar nicht 36.250 machen die im jahr ja geteilt durch 12 die machen also 3000 euro im monat geteilt durch 24 sie haben stundenlohn von 126 euro das ist nicht schlecht da muss ich ja auch mal hier überlegen wie viele gene entscheiden über das geschlecht eines menschen sind das nicht diese chromosome sexualkunde nicht aufgewählt ich würde sieben sagen glaube ich bei der falsche 1 ein experiment brachte 1990 den beweis nur ein einziges gen entscheidet über das geschlecht welches körperteil hat die meisten sensorischen nervenzellen lippen genitalien fußsohlen eigentlich so fuß und hand vielleicht leider falsch lippen ich wollte er jux ich bin ja absolut da rein scheißen die lippen haben nicht nur die dünnste haut des gesamten körpers sondern auch die größte dichte sinnes eindrücke verarbeitende nervenzellen was macht das küssen so besonders keine ahnung ich bin ja noch jungfrau in europa entstand das ideal der liebe als liebe zwischen mensch und tier männern mann und voraus wenn ich das jetzt leider falsch hä ok digga ich bitte ab dem fünften jahrhundert vor christus priesen die alten griechen die gleichgeschlechtliche liebe meist intime beziehung zwischen männern und knaben hingebungsvolle liebe zwischen den geschlechtern dagegen galt als verrücktheit geschichtlich bin ich auf jeden fall nicht so bewandert ich will hier noch mal betonen ja ich habe mein abi tatsächlich bestanden aber hätte ich es mit sexualkunde gehabt habe echt hochgeflogen blümchen 6 wie macht sich die rafflesia aus südostasien insekten bei der fortpflanzung zunutze sie lockt fliegen mit einer nach aas riechenden blüte an sie imitiert mit ihrer blüte wespenmännchen und provoziert zu rivalitäts kämpfen bei denen sie bestäubt wird sie imitiert mit ihrem geruch mögliche sexualpartner von den digga das ist es ich logge sie ein und es ist natürlich falsch sie lockt fliegen mit einer nach aas riechenden blüte das habe ich aber schon mal gehört aber das so lang das so lang her die blüte der rafflesia wird bis zu einem meter groß und stinkt für menschliche nasen bestialisch homosexualität digga da krieg ich den punkt was bestimmt die sexuelle orientierung eines menschen vor allem die erziehung ernährungsgewohnheiten hormone und gene digga richtig mit homosexualität kann ich mich aus bei uns niemand verdankt seine sexuelle orientierung der erziehung glauben forscher er scheint sie durch hormone und gene bestimmt zu werden ist ein sprössing schwul verfünffacht sich die chance dass es der zweite auch wird wogegen war noch mal viagra ejaculation projekt cox erektile disfunktion also erektile disfunktion ja das ist der ärztliche begriff dass das halt ja wie soll ich sagen dass er halt keinen steifen bekommt so das kenne ich nicht und das ist ja das abspitzen ejaculation hört sich gut an also digga da logge ich auch ein so richtig richtig erektile disfunktion meint nichts anderes als erektionsstörung im gegenteil eine schmerzhafte dauererektion nennen fachleute priapismus okay am vorzeitigen samenerguss ehe leidet heute fast jeder vierte mal zum glück bin ich der fünfte frage nummer 14 wie lange hält heute eine durchschnittliche deutsche ehe keine ahnung ich nehme das los seit drei jahren obwohl es bestimmt 18 14 was okay also ich bin begeistert ich bin begeistert sechs wird zwar im schnitt mit den jahren weniger wichtig findet aber auch nach langjähriger partnerschaft noch statt und wird manchmal sogar besser weil beide partner entspannter damit umgehen im jahr 1814 dauerte eine durchschnittliche übrigens 20 jahre 20 jahre im schnitt masochismus jedes jahr gibt es in deutschland rund 100 todesfälle ist halt keine ahnung ich ich finde das manche sachen echt zu extrem durch sticken durch verbluten durch herzversagen also ich würde sagen eher durch ersticken als so verbluten weil keine ahnung masochismus sehe ich jetzt nicht so als würde man einen irgendwie aufschlitzen sondern mache masochismus ist doch auch so dieses ja also keine ahnung ich würde tatsächlich sagen doch durch ersticken obwohl aber irgendwann das ist jetzt wenn es herzversagen ist dann aber obwohl herzer sagen kann natürlich auch mir kann nicht sein ich sag ich sag ersticken diese sache könnte sich aus manche masochisten lassen sich die kehle zuschnüren um durch verminderte sauerstoffzufüge zum orgasmus zu kommen die selbst strangulation ist allerdings äußerst riskant also wir haben es auf jeden fall gut geschlagen da schauen wir gleich mal rein 3 von 15 möglichen punkten das war wohl nichts versuchen sie es doch noch einmal was sollte ich groß dazu sagen ich kann auf jeden fall nur sagen dass der test mir definitiv spaß gemacht hat lasst auf jeden fall mal ein like da unten kommentar wie viele fragen ihr denn richtig beantwortet habt und wie ihr eigentlich so mit diesen sexuellen thema sein ich denke mal dieses video könnte ziemlich verstören für den einen oder anderen sein was lustig wäre meine minecraft videos sind nicht werbefreundlich wenn dieses video werbefreundlich ist und ihr werbung auf diesem video habt dann lache ich mich tot in dem sinne euch noch einen wunderschönen tag seid ein bisschen schlauer als ich in diesem thema macht's gut und ciao kränkigabone kränkigakabone 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 yeah kränkigakabone 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 yeah kränkigakabone